Oh, eine Fassbord! Psst! Was macht denn die hier? Was schleicht er denn hier rum? Das gibt's doch nicht, der beobachtet Frau Kassandra. Ich würde gern wissen, warum. Los, hinterher! Hinterher? Jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Die sind doch sonst immer hinter uns her. Warum sollen wir denn jetzt hinter dem herfliegen? Maja! Maja! Warte auf mich! Maja! Juhu, das macht Spaß, Frau Kassandra. Ja, Sammelkunde ist mein Lieblingsfach. Ach, die Glücklichen. Ganz klar, der möchte nicht entdeckt werden. Aber was will er von Frau Kassandra? Oder will er den Pausenhonig der Bienenschüler? Heute zeige ich euch, wie ihr Pollenbälle formt, ohne dass es staubt. Das ist gar nicht so einfach, denn der Pollen ist sehr fein. Ihr beugt euch über die Blüte, greift hinein und formt blitzschnell einen Pollenball. Dauert es zu lange, staubt der Pollen und kitzelt euch in der Nase. Jetzt ihr! Bitte nicht mit den Pollen spielen, Summchen. Das muss ich auch probieren. Vielleicht erst einmal damit. Das ist leichter für den Anfang. Ja, da bist du ja. Psst, die Wespe. Auch Wespen können gute Schüler sein. Schüler? Was denn für ein Schüler? Ein Bienenschüler? Sehr gut, meine Summchen. Eine Wespe will eine Sammelbiene sein. Der weiß wohl nicht, was das für eine Schufterei ist. Ist doch besser als Honig rauben. Hey Jasper, was machst du denn da, du gehörnter Mistkäfer, du? Du bist ja noch dümmer als wir. Du sollst sie schnappen. Schluss für heute, Summchen. Zurück zum Bienenstock. Husch, husch. Gute Idee, komm Maja. Warte, da kommt Piekser. So wirst du keiner von uns, du. Irgendetwas steckt da nicht. Wer dabei ist, tut was ich sage. Ich will ja in eurer Bande sein, aber ich bin doch nicht so geübt im Fiessein, also... Dann fang an zu üben und schnapp dir die Lehrerin. Die ist aber sehr nett und kann ganz toll erklären. Und was soll aus den Kleinen werden? Ja, was war das? Wir sind auch klein. Bienen! Die haben alles gehört. Hinterher! Gehirnlos, stumm fliegen! Worauf wartet ihr noch? Schnappt ihr euch! Platzer, Flügel, Flitzelfluch, Willi! Da! Warum fliegt ihr vorbei? Hier bin ich! Ich höre die Glocken gleiten. Ding dong!